Das ist genauso wie in Monte Carlo, beim Grand Prix in Monaco, wird alles verschweißt, alles, was nicht mit und nahe gerecht ist, das wird irgendwie fixiert, denn anders geht's überhaupt nicht. Die meisten Dinge werden entfernt, aber sowas wie diese Techniken werden einfach zugeschweißt. Rechts sind es, Applaus für den Jungen aus Australien. Daniel Riccardo. So, also fährt es das erste Mal Richtung Parlament. Ihr habt keine Ahnung, was gerade im Parlament passiert, aber es wird jetzt wahrscheinlich kurz auch dort lauter werden. So, umdrehen mit U-Turn ist da unten nicht wirklich möglich. Wir haben ganz einfach nicht mehr Platz gehabt, aber einmal ganz kurz reversieren und das Problem ist gelöst. Man sieht aber damit erst, wie viel Staub so ein Formel 1 mit dem Diffusor aufsaugt, wie viel Dreck da eigentlich hinten hochkommt. Also der Rathausplatz ist nicht ganz sauber, aber das spielt keine Rolle. Für die Demo reicht und man sieht, was eigentlich hochgesaugt wird durch eine moderne Formel 1. Nur das Saugepäck vom Diffusor. Das passt leicht, alles in Ordnung und ich habe Dr. Helmut Marko versprochen. Ich sage nicht, dass da nicht wohl geschoben wird. Also kommt schon wieder raus. Hier ist Daniel Riccardo. Das ist gut. Das ist gut. Daniel? Fantastic, that's why Trimmo F tweeting. choosing team director the Formula 1资格 Zach 2015 yeah firstly, hello everybody hope you're having a great afternoon here in Vienna and it's fun Ich meine, es ist ein schönes Hintergrund, schön und tief in den Körnern, aber hier können wir ein bisschen Spaß machen. Also er sagt, alles gut gelaufen, freut sich, dass er da ist und er hat auch unten umdrehen können, das war ganz cool. Herum ist zwar ein bisschen knapp, aber... So, it's your first time to be performing out here, of course. And you're only second time in Vienna, oder erst zum zweiten Mal in Wien? Ja, only second time. So, the city is still new to me, but it seemed beautiful. I mean, my parents visited here a few years ago and said I have to come here one day, so... So, when mom and dad say this, then you have to go. Ich meine, dass er mit der BMW tanzt in BV, weil er macht den Kür mãozüropel. Hat zwei Mutterredner heute mit und... Auch Dean Seemann noch einen zweiten Showrun heute hier bei diesem Event in Wien. Wie gesagt, auch sehr schönen nochmal herzlichen Dank auch an die Stadt Wien, an den Bürgermeister. Der ja, wie gesagt, ganz locker gesagt hat, ok natürlich können die Jungs hier fahren und wir wollen das auch die Forl 1 einmal in die Stadt kommen. Applaus für den Chris Beifahrt, der da unten seine Runde dreht, gerade beim Vorstand, wird gleich wieder heraufkommen. Also es gibt genug zu sehen für alle. Richtig, natürlich werden wir dort sein das ganze Wochenende lang. Also, das ist auf jeden Fall ein Motorsport-Spektakel. Wir wollen hier in Vienna sagen, willkommen zu all of you, hier in Vienna. Wir sind wirklich starten der Show-Runde. Das ist Chris Beifahrt von Germany. Er ist viermal ein Cycle-Stand-World Champion. Er ist viermal ein Wettbewerb. Er ist viermal ein Wettbewerb in der Welt. Das ist wahrscheinlich ein Wettbewerb in der Welt.